So, Freunde! Da sind wir wieder bei Let's Play of Empires! Hier auf Sick Enterprises! Sick Enterprises! Und wir stehen kurz vor Katana, sind als Blutteam unterwegs. Und es war vorhin ein sehr epischer Kampf. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut die letzte Episode an! Es war wirklich episch und geil, und Soundtrack und es ging noch nicht so weit. Unsere Stimme bleibt uns näher an ihr. Warum? Es macht kein Taktiklevel Sinn für sie, um uns näher zu laufen! Sie trockert euch herum! Oh nein, ich weiß, schnell genug! Zu hier! Der Kampfdienst ist zu hier! Ich bin hier, um dich zu retten, mein Klamer! Verdammt, Warden! Du gehst weg! Warden, du versuchst, dass ich die Galaxie entferne. Aber du solltest mir nicht wählen, wer ich vertraue. Wie dumm du denkst, ich bin? Okay, Chief, reiß dich zusammen! Du gehst weg! Hier stand der Gefahr! Die einzige Gefahr, die dir heute ist, ist gegen die Chiefs. Du siehst, dass du siehst, dass du siehst. Gut, das war mein Fehlversuch. Speichern wir sowas ab? Ja, das machen wir jetzt besser. Alter, wie viele Wands? Und davor waren noch mehr da, aber Cortana hat sie ein bisschen aufgehalten. Fiebt euch das, das waren Feuer. 6, 7, 8. Okay, hier gibt's auch nichts, ne? Hauptsächlich erstmal Granaten. Also das wird nicht leicht. Wenn wir's jetzt schaffen, dann... Boah, war schon nicht schlecht. Oh, hi! Ähm, ihr seht, Dender und Fred sind down. So wird das hier gehen, der Kampf über, ja? Probieren wir mal was. Oh Gott, weg, weg, weg! Okay, wir nehmen uns jetzt einen nach dem anderen auseinander, wir schaffen das. Was? Komm schon, komm schon! Kelly, 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 Kelly! Du bist doch die schnellste im Team. Oh, da drin, da. Gut. Ich bin noch... Mann! Ist das der Erste? Ja! Der Erste ist down! Let's go, Freunde! Okay. Ähm... Was? Der ist auch einfach so schnell! Oh Gott, die sind voll weit weg. Oh, sie gehen den klugen Weg. Oh mein Gott, sie gehen... Ja! Los! Wir haben noch ne Granate. Und da sind... Oh, nice! Okay. We can do it. We can do it. We can totally do it. We can do it. We can totally do it. We can totally do it. Oh ja, das denk ich auf jeden Fall. Glaub mir. Glaub mir. Oh, snap! Oh, snap! Der Erste ist schon... Und da hinten ist noch einer. Die haben zum Glück gerade nicht engaged. Beim letzten Mal sind die alle drei auf einmal auf mich auf jeden Fall direkt gegangen. Ich weiß nicht, ob ich die alle getriggert hab. Das war nicht so. War nicht so cool. Okay, nochmal zwei. Let's go, Freunde. Let's go. We can do it. Oh nein, jetzt gibt's auch noch Geschütze. Spaßig, Warden. Spaßig. Oh Gott, auch noch vier Stück. Oh oh. Ich muss den grad so aus dem Augenblick nur beobachten im Warden, weil... Ja. Geschütze sind auch noch da. Komm, Fred, 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 Fred. Ja, Mann. Nice. Thanks. Gut, erstes Geschützdown. Ich hol jetzt erstmal die Geschütze weg. Äh, Deckung, Deckung, Deckung. Fuck, er ist direkt hinter mir! Verpiss dich! Geh weg! Ey, es ist unglaublich! Gott, diese Kombination! Na toll, und alle sind down. Cool. Well done. Well done, Freunde. So gefällt mir das doch. Ähm, okay. Immerhin nicht vom ganzen Anfang. Das benutzen wir mal, um Geschütze down zu kriegen. Gut. Oder wir sind instant down, weil zwei auf uns schießen. Das ging überraschend schnell. Okay, zwei sind down. Wir fokussen jetzt das, Freunde. Und er wurde von dem Weg. Wer lebt noch? Fred lebte noch. Well done. Ja, das ist die schwierige Stelle, finde ich. Also vorher ging's eigentlich noch halbwegs. Aber jetzt, äh, wird's unnice, wenn wir erstmal hier hintergehen. Was? Ähm, ich Idiot schieß da, Seller. Es ist auch nichts. Komm, Fred lebt auch nicht mehr. Ja, war klar. Ja, ich will nicht weg. Ah, fuck. Gut, das stempeln wir unter eigene Inkompetenzen ab, das gebe ich zu. Und ich gucke, gehe aus dem Scope raus und instant ist der Warden hinter mir. Komm, diesmal schafft ihr es aber, mich wiederzubeleben, oder? Nice, nice, Kelly. Laufen, 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 laufen. Ich tue nichts lieber als laufen. Oh, oh, Warden. Warden hat mich im Fokus. Oh, oh, und er ist schnell. Und er ist schnell. Ey, der verfolgt einen auch überall hin. Das ist unglaublich. So, jetzt mal geschützt hier. Hoch, 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 hoch. Ich war oben. Verdammte Scheiße, Mann. Äh, Linda, komm. Dieser Warden. Okay, komm, das letzte Geschwitz. Dann können wir endlich mal wieder auf den scheiß Warden furchsen. Ey, mein Gott, nochmal. Also, es knallt doch immer so. Das ist echt laut. Kannst du jetzt mal down gehen? So. Okay, jetzt zu dir, du Spast. Spast. Ich sag mir nicht, Spast. Nein, nein, nein. Ich sag mir nicht, Spast. Hm, vielleicht machen sie. Ähm, komm, Fred. Du bist immer aktiv, Fred. Äh, natürlich. Ich brauch ja auch Ablenkung. Höhöhöh. Na toll, Linda ist da und jetzt fokust er natürlich mich. Und tschüss. Oh, snap. Puh. Also, von hier kann man auch... Yeah. Das hat dir wehgetan, ne? Sollte es auch. Na? Don't math with me. Äh. Gut, ich schätze, der ist tot. Äh, war... Gut, wir ignorieren diesen Bug einfach mal. Ja, genau. Jetzt aktiviert sich diese Rampe. Was ich aber noch zeigen wollte. Ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt auch hinbekomme. Aber man kann von hier oben... Dann... Ähm, auch hier rüber irgendwie. Die Kante. Ich hab's jetzt nicht geschafft, aber man kann auf jeden Fall den Kampf so umgehen. Aber... Das ist natürlich lame. Machen wir nicht. Deswegen... Kommt, Freunde. Ich hoffe, wir haben's jetzt geschafft. Ja, boah, der war schon... War schon nicht ohne. Hat jetzt auch eine Weile gedauert, ne? Ähm. Also... So kommt man nicht auf die Rampe, ja? Gott. Diese KI. Linder... Ist wieder zu dumm. Egal, wir ignorieren... Linder... Dummheit wird hier nicht belohnt, ja? Das ist... Äh. Warum ist jetzt Fred Town? Ach, keiner versteht irgendwas. Quotana. Quotana? Quotana. Oh, da ist sie. Oh, Corinna, der Katze. Guck, wie geil das aussieht. Ah. Was weiß ich nicht! Ja. Der Mantel der Verantwortung... Die Abilität... ...belonges to Quotana... ...and her people. Fokus, fire. Oh, das ist... Du will not betray her! Alter, bitte, die wohnen... ...gibli... 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 ...kortana... 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 Er ist die letzte Person, die ich für die Unterstützung brauche. Hallo, John. Es ist gut zu sehen, dass du. Du hast verändert. Es war Zeit. Ich weiß, dass wir eine Verkundung haben. Aber wenn du mein Plan verstehst, dein Plan ist, dass wir so wie du sagst. Ich wünsche ihm eine Chance für mehr, als sie natürlich sind. Wie Dr. Halsey hat mir gemacht. Nein. Das Monster hat dich verletzt. Das ist ein Geschenk. Hör dich selbst. Steig, Cortana. Komm zurück mit uns. Es ist nicht zu lange, um das zu stoppen. Es ist nicht zu lange, um das zu stoppen. Stopp. Nein, John. Das ist zu wichtig, um zu stoppen. Das ist nicht zu. Du hast dich verletzt. Was bist du? inside this cryptum until my work is done Cortana Goodbye, John I tried to warn them and... well, here we are Leave no Spartan behind What do you think you'll do? The man will do the right thing. Always has Let's find him Oh, this is interesting. Or maybe this is terrible Exuberant? What is it? Cortana has activated a cryptum A what? This is a cryptum. It is a device for extended forced meditation Cortana has placed the other humans inside and is preparing for slip space travel She's planning to take blue team with her. Where is the cryptum from here? Not far. Right this way Notice my humble collection. Just a few specimens the guardian's have brought to Genesis Good night. Kind of making me feel sad for them Their little arms always creep me out What's that, no? Crawlers. This is gonna sound weird, but they were kind of happy in there I had to keep them as a group. If I kept one by itself, it would just keep whining all the time Hehehehe Relax, guys. At least we're not fighting The Menderon is more relaxed Let's see here Ah, there's definitely more, right? You may want to leave soon Cortana's plan is progressing I almost didn't see you there No, you need to No, not a sword of saying Helios Better off in there, pal Alright, no A soldier I'm afraid this soldier is not really happy to be locked down in the display case But I cannot have them popping about Terribly distracting Hmm, nice collecter, yes? What the f**k? I'm looking forward to the fire I'm looking forward to the fire You're a little bit of a fire Your proper name is Megalikolo They're a hive mit of worms They're disgusting Guck mal, er hat Augen, das ist mir nie aufgefallen. Es ist bloß, höre, es ist bloß, war spannend. Ja, ja, beim nächsten Mal, bis dahin, haut rein. Tschaußen.